Herr Huber entscheidet sich für Tischaufsteller, um Kundenempfehlungen zu sammeln. Er selber muss nicht aktiv werden. Die Initiative liegt bei seinen Kunden. An gut einsehbaren Stellen platziert Herr Huber selbsterklärende und fälschungssichere Tischaufsteller. Darauf ist ein Kurzlink sowie ein sogenannter QR-Code abgebildet. Diesen scannen seine Kunden einfach mit ihrem Smartphone oder geben den Kurzlink händisch ein und gelangen sofort auf Herrn Hubers Bewertungsseite. Dort geben sie schnell und unkompliziert ihre Bewertung ab. Registrieren müssen sie sich dafür nicht. Übrigens, die Bewertungen werden online veröffentlicht und helfen Herrn Huber sehr. Die Tischaufsteller und die Bewertungsseite sind beide individualisiert, mit seinem Logo und seiner Farbe.